Yo 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 Leute was geht ich bin's der Achim und willkommen zu GTA 5 Online Stunt Rennen Ja und diesmal nur eine Runde, weil ich gleich noch ein anderes Video hochlade Ja den zweiten Teil des Unlucky Chess Openings in Rocket League Ich würde mal so sagen erwartet da nicht so viel Denn das war auch nicht gerade so Ja gut ich würde mal nichts verraten hier Ich nehme diesmal den Wer nehme ich denn mal? Den Autorist, den nehme ich mal So da sind wir Oh mal gucken ob wir diese Runde rasieren können hier So Ah es überholt mich einige Ja das war aber ganz gut Ich glaube ich habe keine gute Karre hier genommen Das merke ich schon Denn manche sind hier wesentlich schneller Nice die Kurve perfekt genommen Oh das war aber eine Kurve hier Ich glaube einfach dieser R7B da der ist einfach Keine Ahnung Noch um einige schneller ist der Osiris Nein Och Mann So ein dummer Fail Jetzt bin ich hier wieder siebter Achso wenn du bleibst dann ist ja okay Sechster Platz damit kann ich leben Ach okay Sehr harte Kurve wieder Nice Ein paar Leute überholt wieder So So jetzt Highspeed durch die Röhre aber auch nicht übertreiben Oh Alter Jetzt brauche ich Windschatten Aber das geht ja leider nicht Oh da waren wir noch kurz weiter Und jetzt hier drückt Oh Mist das haben wir total verkackt Okay ich glaube der hat aber auch gerade verkackt Oh Alter Diese Kurve Ich hasse sie So jetzt hat er die Röhre hoch Nice Komm dritter kann ich da noch werden Oder ich werde wieder überholt Okay Okay nice Hier wieder Speed aufbauen Aber auch nicht zu viel Speed Das ist das Problem Und jetzt habe ich verkackt Komm jetzt nicht noch am siebten Platz abrutschen Nice Okay mit sechstem Platz Kein Leben Jo ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch ein Like da Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal